so da war jetzt unity media mal wieder hatte keine lust zwischendurch ist natürlich kacke eine stunde lief es jetzt gut machen die die safen wahrscheinlich einer ist noch auf der rechten seite von box der kommt glaube ich nicht aus aber auch der muss raus einer ist unten katt das passt auf was der ist voll schief geschossen 72 schaden irgendwo da der geht soll wo der geht on spot einer geht on spot einer geht uns tür 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 schade aber der dj hat die auto weg geworfen oder was ich hab mit der ak weg geragt mal eben schauen ob der stream noch offline ist oder ob der schon wieder online ist ne du bist wieder online bei mir naja gut ok dann gehts wieder ja der stream ist offline weil mein up stream öfters mal einbricht bei meinem tollen anbieter weil die zurzeit ein größeres problem haben ja nur bei dir nrw weit ne nur bei mir ne ne ich bin a lang diesmal weil ich nur ne pistole hab 2 auf a lang 2 auf a lang einer b einer ist auf kurz einer ist auf kurz der ist aber schlecht alter hast du den getroffen nein ich war noch schlechter aber dafür dass er zoom hatte war das echt bett dass er mich nicht weg geratzt hat muss ich immer so sagen aber immer noch besser als ich von daher passt das ich geh wieder a lang dann wieder b rein in der hoffnung dass das klappt ich guck dir wieder a guck dir a huuuu holy moly ja lang ist einer okay lang ist das wort komm zurück wo ist die bombe rampe rampe ist einer rampe ist autosniper wo ist jetzt die bombe rampe autosniper und short war ich hab beide in der grube zwei der hat wahrscheinlich schon längst das ding der kommt hier der kommt hier pass auf freck kann man die autosniper nicht einfach verbinden also nein ah der kommt der kommt von aller kurz der kommt von oben ach schade ich hab voll in die blende reingeguckt was hab ich gekauft ne auk ich hab mich verklickt ich kauf mir auch ne auk komm wir drawen das easy dafür dass wir am anfang doch relativ weit zurück lagen haben wir nochmal gut zurückgekämpft k a lang ist nichts aber auf b ah ja die sind b wahrscheinlich ja bei down einer schon aus transport einer bei k oh jetzt hab ich mich so auf die tür fixiert ne 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 ja gg easy lemon squeezy Was? Was? GG Lemon Squeezy? Was? Na easy Lemon Squeezy. Achso. So kleine Kinder, die denken, dass sie die Beste sind mit Hacks. Egal. Ich bin 50 Punkte geholt. 66. Und der Beste vom Winner-Team hat auch nur 66. Prasst. Ich werd die Bombe platzen lassen. Ne. Kein Uprank für mich. Ja ist klar, Alter. Niederlage. So. Boah, das war jetzt heute meine vierte Niederlage. Wir können jetzt... Wir können jetzt fragen, ob entweder Riccardo weiter mitmachen will. Wieso? Und ob das andere hässliche Wesen mitmachen will. Ja, oder vielleicht Tuck. Tuck. Ich sag doch das andere hässliche Wesen. Ich mach mal eben hier den Sonnenschutz ein bisschen hoch. Oh, ja, schreib mir grade. Wenn du möchtest. Mit Flash. Ja. Wenn der Ricc... Oder... Wenn der irgendwen nicht mehr will. Wenn Ricc noch mitmachen will? Ja, dann machen wir direkt weiter. Ja, dann hat Tuck. Leider. Dann muss Tuck noch ohne warten. Ja, Tick, das war Tuck, das war zu spät. Okay, direkt weiter? Ja. Komm, Phanatic, Alter. Scheiß auf Phanatic, mach Go hier. Wie fühlen die schon? Du musst erst Go. Spiel Phanatic gegen diese M schon. Ja, ja. Wie viel steht sie? Das versuchte ich auch grade rauszufinden. Aber... Musste ja starten. Ja. Guck dir auf den zweiten Monitor. Welchen zweiten? Du hast ja nur so'n großen, ne? Ich hol mir jetzt wahrscheinlich nen 32 Zoll Curved für 1000. Und wer das Geld hat? Wer da arbeitet, wo so's Zeug günstiger gibt, ja. Der hat Glück. Ich hab... Ach, die haben das nicht angefangen. Der Stream läuft nur bereits. Nur TSM hat halt... ein Map als Mensch. Jo. Ich bin jetzt kurz aber auf K. Was? Was? Einfach so vollintet, so was? Ist der Marvin eigentlich wieder da? Weiß ich nicht. Der hat vorhin noch irgendwas geschrieben um 5.10 Uhr. Der hat er öchstens geschrieben. Ja. Das ist eigentlich so der normale Durchschnitt, Fendly, die mir zuschauen. Aber Fendly, lieber das als durch... Als nur Kiddies dabei zu haben. Als Minecraft-Kiddies dabei zu haben. Als Minecraft-Kiddies dabei zu haben. Huuuuhu. Mau. Ich kann mir noch 5.10 Uhr halten, mach schon ganz viel Minecraft. Ja, hab ich mir schneller gezogen, Kasper. Ey. Kommt der A aus der Ecke. Ah, schon wieder schneller als Kasper. Rexy, bist du wieder da? Rexy? Rexy! Das ist schlecht. Ne, er bewegt sich aber. Er bewegt sich. Hat sich grad bewegt. Okay, vielleicht hat er sein Headset ganz schnell weggeworfen und ist aber jetzt an der Tastatur voll ready dabei. Re-Rush? Re-Rush. Oh lord, es geht ja schon los. Re-Rush, Re-Rush, Re-Rush. Lauf! Lauf, jung German, lau! Also, das kann, ähm, Fendly, es kann öfter sein, dass mein Detailman weg ist. Dann einfach warten, ich komm dann irgendwann hoffentlich wieder online. Re-Rush. Rexy, Rush. Rexy, Rush. Einer ist im Loch. Rexy, Rush. Rexy, Rush. Rexy, Rush. Da, keiner Cutters. Liff da Naht, er durch. Richtig. Rexy, Rush. Einer kommt jetzt durch's then validate. Nein, der kann genug sein. Woah, 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 woah. Woah, und nen Cutters. Verdammt, ich habe meine Pistole weggeschmissen! Könnt ihr den Herr mal verrecken? Was daran zu schwer? Hallo? Also, romination's kann man eher der Re слишком mehr aushalten, was man Sie mit irgendjemand strange machen hat. Boah, ich hab aber, Alter, mit meinem letzten Fuß, Alter, meine Lama hat einfach noch null Munition. Ich hab eine Kugel jetzt über den Magazinträger, was ich gefunden hab. Boah, ich hatte null Muni noch in dem... So, ich mach jetzt noch mal nur mit, äh, Kevlar und dann gucken wir mal. Wohin? Alang? Ich aim ab. Go, go, go! Geht schon mal, Alang, ich aim kurz ab. Eins, zwei... Keiner, oder was? Das ist einer, B. Einer, zwei. Vorsicht, flaschen. Einer hat den unten Cutters. Einer hat den unten Cutters. Einer hat den unten Cutters halt zwei höchstens. Keiner unten Long. Rampe, 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 Rampe. 2 über... Short. Der eine hat seinen eigenen Teammate umgeratzt. Würde ich auch machen. Unten, unten. Vorsicht, unten. Pass auf, Rack. Ne, das ist gar nicht Rack, Entschuldigung. Da unten steht einer drin. Pass auf, Rack. Ja, ja. Ist down. Verrecks hier, es war nicht Rack. Ach so. Das ist grün. Ich würde da verwirrt mit den Farben. Wo ist er? Headshot Schräge. Headshot Schräge. Jetzt nicht mehr. Nicer. 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 Hello. Sehr gut. Eigentlich würde ich meinen Käpt'n Cola trinken. Nee. Aber? Nee, da ist keine Zeit für. Ich muss mir den erst mixen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich muss mir den erst mixen. So, wohin? Weil, lasst's euch sagen, Kinder. Käpt'n Cola am Morgen vertrefft Kummer und Sorgen. Was? Das Morgensverriege? Einer. Einer aimt ab. Ich hab ihn getroffen. Er mich aber auch. So, er ist rot. Kuckuck. Kuckuck. Ich bin 2 auf die. 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 Ah. Der zweite kommt. Der kommt durch. Ah, schon. Wow, der aim. Ach, verdammt. Riccardo. Du Christian, Riccardo. Einfach ruhig, Riccardo. Du packst was. Wenn es einer packt. Dreh dich um, Riccardo. Dreh dich um, Riccardo. Dreh dich um, Riccardo. Dreh dich um, Riccardo. Ah, schade. Nice try. Der war aber super. Riccardo bei Gremlins Bad. Ah nein, jetzt hat ein Chat ausgemacht. Ich geh auf meine. Tust du ab, Max? Yo. Wo gehen wir hin? Ich werde die Bombe platzen lassen. Ich lass die Bombe platzen. Okay, also B. Boah, die haben direkt gesmoked. Aber richtig instant, Alter. Nimm hier mal die Bombe mit. Ich schnapp sie mir. Zack. Einer. Bei einer Tür ist einer, glaub ich. Nein, das könnte... Einer hinten bei der Box. Box down. Als hab ich sie nicht getötet. Ich hab sie auf 70. An der rechten Kiste. Danke für's rechten Tipp. Tim? Ja? Das war ich, Max, aber egal. Hä? Ach so. Der ist gestorben. Ne, warte so. Ich dank mich doch nicht für falsch. Also... Ich hab ne Awe. Wer will die Awe haben? Wo bist du? Gib ihm die. Wer ist ihm? Nimm sie gerne hier. Nimm sie mal hier. Gib dem Rex, Sidi. Ich kann mit Awe nicht umgehen. Pass auf Katas auf. Ich guck Tür. Oder so. Ach, okay. Mann. Wer hat den Ace versaut? Ich, sorry. Ich hab mir ne Awe geholt. Ich geh wieder... Alles gut, Alter. Wir rocken das. Was machen wir? Ich tu ab, eben schnell. Okay, dann geh ich mit hier. Wir rocken die B. Ah, die wollen schon den ersten rausvoten bei sich. Be safe. Was heißt hier? Die wollen. Die haben. Ach, die haben ihn? Okay. Einer. Einer ist die. Und dann rennen wir durch, durch, durch. Oh, steht da ja schon. Lass mich vorbei, Jus. Einer ist Cutters rein. Oh, Cutters? Einer ist CT. Ich geh mich hinten hin. Nein! Danke. Wo ist die Bombe? Hol die Bombe mit. Ah, die ist T-Spawn. T-Spawn steht einer. T-Spawn steht einer. Jungs. Ich hab die Bombe nicht. Und T-Spawn steht einer. Oh, Cutters Cutters. Yo, Arschloch. Der stand jetzt rechts bei den Cutters. Ja, hast du seine Waffe gesehen, Cutters auf rechts? Ja, ich hab ihn gesehen. Was ist das für ne Waffe? Müsste ne SSG sein. Müsste Max seine Waffe sein. P-Spawn. 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 Geh rein in der Mord rein. Geh rein, nicht der Leder. Nice. Äh, geh rechts. Ja, gut. Aber, das Gute ist, der Bot hat die Arme. Nice try. Das bringt denen nichts. Es sei denn, die klatschen jetzt den Bot direkt um. Das wär ja, wenn ich ehrlich bin, arg dumm von denen. Lass mal A lang gehen. Ja, dann hol ich mir noch ne... Der Bot ist besser als der Big Line, weißt du? Wohin? Was haben wir jetzt gesagt? Alang? 1, 2, 3... Max, zurück, zurück, du hast die... Du hast die Bombe, Max. Ja, A war Alang. Alter. Die Bombe nicht. Die liegt an der Tür, da ist ne A war dabei. Nice, Rick. Nimm die Bombe und die W. Ähm, da liegt ne Autosniper, wenn du willst, ne? Ich hab ne A, die reicht mir. So, bleib bei ihm, Rick. Ah, pass auf, er hängt da um die Ecke. Der ist doch nicht schlechter als der Bot. So, ich ähm ab. Höre was? We Rush, oder? Okay. Ich sag dann Bescheid, ob ihr gehen wolltet. Christoph, Christoph guckt wie ein Kuscheltier. Einer... Das auch nimmst mit. Vorsicht! Ich blend direkt. Einer ist gegangen und einen hab ich umgehauen. Zeitlos, weg rein. Bin drin. Einer ist... Double Goals. Ich blente. Ich blente. Oh, f***. Guckt, einer Loch. Einer Loch, einer Loch, einer Loch. Ist Loch tot? Ich guck Tür. Cutters? Cutters aber? Drei Cutters. Zwei Cutters, das sind die letzten beiden dann. Wow, hinter mir einer. Den hab ich gar nicht gesehen. Nein, 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 nein. Oh, was? Alter. Komm, nehm dir. Alter, den hab ich gar nicht gesehen, ey. What the f***. Ich hab den gar nicht gehört. Cool, definitiv. Ja, hätte er nicht geschafft. Egal, Runde geht an uns. Der hätte das vermutlich sogar geschafft. Das Problem war, ich... Nee, er hatte keinen Theater als Spot. Ah, okay. Ja, da hätte sein können, dass er jetzt aufgehoben hat. Nee, Problem ist einfach, ich hab... Ich hätte ihn erwischt, aber ich hab ne Auge gehabt und cheese und hat nur noch eine Kugel drin gehabt auf einmal. Woher jetzt hin? Das war definitiv ein Problem. Ich ähm wieder ab. Wir haben noch die AWO, oder? Ein, zwei... Einer... Drei. Da hab ich betroffen. Na komm. Wir müssen die dumme Sauer. Keine Chance. Einer ist B gegangen. Ich hab nen DC, du... Geist. Okay, jetzt raus. Wir sind jetzt abgelenkt durch Tim oben auf A. Was heißt die abgelenkt? Die sind tot. Okay. Keine Ablenkung. Wo, 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 wo war der? Unten. Wer hat die Bombe? Wo ist die Bombe? Die... Die liegt... Der ist zu win! So. Nice, Sir. Das ist richtig gut. Nice, Sir. Plus. Max, du bist raus. Hey, ich hab's erst gemacht. Eiskalt, Max. So richtig geil zu gehen. Alter, wer war das? Wer war das? Ich mach nen Beruf und dann kommen wir so. Äh, wohin? 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 Ich aim ab. Okay. Ja, das sagt mir jetzt nicht, wo wir hingehen. Ja, dann. Wir bauen slow auf B. Okay. Die, jetzt hat er ihn nicht nervös. Einer B. Super, jetzt hab ich die Bombe hingeworfen. Tim hat mich überholt, ey. Einer B nur. Komm hinterher. Oh, einer unten. Einer Auto. Einer Auto. Einer hinten in der Ecke. Oh, fuck you. Nicht so gut an, Alter. Alter, ich war dem auf seinem Head drauf, Alter. Der hat mich siebenmal gekocht. Ja. Die überrennen dich einfach von allen Seiten, ey. Allein geht das nicht. A lang. So ein Abend, ey. A lang, das funktioniert wenigstens besser als... Also der Report ist einfach... ...passt der Beste. Einer ist B gegangen. Danach war gestimuliert. Ich komm hinterher. Oh, Entschuldigung für die Flash. Oh, da läuft weiter. Da ist keiner. Kurz. Kurz, 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 kurz. Wo soll ich hier eigentlich die Bombe hinlegen? Einer guckt auch bitte lang. Ja, der Skater kurz hat noch... Da kommen jetzt zwei über kurz. Drei über kurz. Drei über kurz. Sehr schön, Max. Schade! Schade, schade. Nice. Zeig mir mal eben, wo ich die Bombe hinlegen muss, Tim. Entschuldigung, weil ich gestehen habe, Leute. Entschuldigung, weil ich gestehen habe, Leute. Entschuldigung, weil ich gestehen habe, Leute. Vor die Kiste oder hinter die Kiste? Oder auf die Kiste? Weil dann kannst du zum Beispiel, wenn du von Short kommst, Steffen. Okay. So, nochmal auf A. Kann mir mal jemand sagen, wieviel Zuschauer ich habe? Direkt gesmoged. Fünf. Fünf. Okay. Sorry für die beste Flash aller Zeiten. Oh, da kam der Counter-Flash. Ich rief vor. Einer steht, aua. Einer steht, aua. Aua. Zweiter, der steht, aua. Ja, ich konnte nicht... Da stand irgendjemand in meinem... Nee, da stand... Die Wand... Die Wand stand hinter dir. Tim, die Wand stand hinter dir. Blanken Faust. Ruffi, Alter. Nice. Du bist Tim. Hauf dir dein Messer anziehen. Wo, wo gehen wir jetzt hin? A lang noch. Immer noch, A lang. Dann sollen wir kurz gehen. Was ist denn Hitmarker? Meint der, wir hacken oder was? Nice. Sauber. Lass B, lass B, lass B. Lass B, lass B, lass B. Das B, 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 B. Das ist der A, wisch was. Euer Gegner. Schönes Messer, aber. Muss schon da. Ja, ne? Find ich auch. Ja, ne? I am planning the bomb. Da würde ich gar nicht... Oh, has been created. Bleib doch einfach on spot. Weil... Ja. Stefft einfach die zwei Löcher ab, Alter. Mit seiner Awe kommt er nicht so weit. Warte, wo guckst du? Für was hast du geplantet? Was? Wo hast du geplantet? Mittendrauf. Da. Da. Ja. Ich guck... Hörst du Cutters oder wo guckst du hin? Guck Löcher und Cutters. Ah, guckst alles. Okay. Guck dir im... Cutters. Der kommt jetzt rum. Sauber. Fuck you, Agri. Voll im Agro-Mode. Sorry. Er hat einfach... Lass doch mal deine Zunge drin. Ne, Schatz, ich lass die Zunge draußen. Oh. Ah, ich will. Ich kann jetzt ganz viele Dinge schreiben, die Shen zum Lachen bringen wird, auf jeden Mal sagen. Aber dann heißt es wieder, ich sag hier, der Perverse. Wohin? Damit atmet er. Nehmen wir ab. Einer B. Dort. Nur einer B. Einer möchte durch Cutters hoch. Warte, er steht noch hinter der Kiste. Ja, da ist einer. Der hat 34 Schaden von mir gekriegt. Oh, da kommt einer über Short. Einer steht an der Tür. Bitte rechts. Rechts. Karte passt auf da drinnen. Oh. Was hast du für ne Waffe? Das ist ne Arme. Habt ihr den auf Short gekillt? Ja. Der steht da unten nicht verbaut. Sauber. Hallo. Von hinten, von hinten. Geht doch Bombe planten. Oh, ja. Gute Idee. Max. Gott. Pass aber auf. Da ist nichts gesichert, ne? Max, du hattest ihn einfach im Visier. Da wird... Da wusste ich noch nicht, dass ich ihn im Visier haben werde. Kannst du für lang planten, Max? Ah, fuck. Wo? Äh, A-Spot. Erwischt. Verdammt! 68. Sauber. Lauf. Der kann Hürsten von hinten da kommen. Da ist er auch. Ah, das ist real. Ah. 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 Damit atmet er. Aber langsam fängt er doch ein bisschen rein. Damit leckt er. Ah. So, wo jetzt hin? B. 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 Wir werden ja wohl hoffentlich dumm genug sein mit der Aave. Einer. Einer. Immer noch einer. Und ich komme. Jetzt zwei. Ich komme jetzt hinterher. Einer könnte unten. Katas kommt. Katas. Nice. Super. Wo soll ich die Bombe hinlegen? Hier? Direkt wieder mitten rauf? Nein. Hier, hier, hier in die Ecke bitte. Wo bist du denn? Wo bist du? Hier, hier, hier. Kommt euch durch welchen Stern nicht hinten hin? Einer war, glaube ich, nach unten. Katas. Ja, dann wird er auf das Treppen. Ja, Katas, Katas, Katas. Katas, ja. Na komm raus! Boopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Ja, da war er grad, ich hab'n grad gesehen. Jetzt geht er hier auch nie mehr raus, Alter. Wow! Alter! Kannst du doch nie machen! Max! Jungs! Step my back! Maxi! Oh, da rennt! Er wird doch jetzt nicht noch entplanten sein. Äh, deeplanden! Nein! Ist er noch gestorben? Entplanten, deeplanden, deeplanden! Verdammt! Was? Was? Ähm... Wer will die Ava haben? Hier, Rexi. Wenn du's nicht haben möchtest. Da! Nein! Lass das da liegen, lass das da liegen! Ich hab doch schon ne AK, das reicht mir! Ah, kann ich! Ähm, lass mal Short vorbereiten. Okay, dann ape ich noch kurz mit ab. Ja, ist gesmoked. Okay, dann durch. Wow! Wurde auf dich geschossen, Max? Nein. Ne, ne, ich hab geschossen. Okay. Ich hab ihn nicht mehr gedrückt, scheiße. Oh! Ah, du hast! Und hinter! Scheiße! Du hast gemerkt, dass du demnächst gedrückt hast, Max. Ja, ne? Wenn ich etwas gut kann, dann nicht. Komm auf, please! Ich hab viel zu lang für den Bot gebraucht. Viel zu lang! Oh mein Aimeing! Wir gehen! So, wir sparen. Brauchen wir nicht letzte... Ne, noch nicht vorletzte Runde, ne? Vorletzte Runde. Das spare ich jetzt einmal, ich hol mir nur ne... Ach ne, ist die letzte, glaub ich, oder? Ist die letzte, oder? Ja, ist die letzte. Letzte! Okay Oder wir gehen Cutters raus und gehen dann Ja kommt dann 2B Dann würde ich sagen Cutters raus Cutters raus, überschaut dann Smoke auf kurz Oh hier oben Meine Waffe Wir bauen B oder wie schauts aus? Ja B, B, B Ich bin nicht B, B Du bist Maxi B, B, B ist ne Mag Wir halten die jetzt Das bin ich Warum hab ich mit dem kleinen Platz Wer guckt Cutters dann geh ich doch Der kommt über CT, der kommt über CT Hat der ne Aave? Hat der eine Aave? Weiß ich nicht Er hat nicht getroffen zum Glück Ne Seht ihn aber auch grad noch nicht Ja, da fährt er nicht wieder Oh Dankeschön Max Das ist los reingelaufen Wenn Der ist immer noch CT Okay Spiel einfach passiv Bleibt bei der Bombe Die ganze Zeit jetzt bei der Bombe Bleiben Sie die letzte Runde Ihr könnt auch ruhig mit ihnen lösen Er hat ne Aave Er hat ne Aave Gut Ja, aber ist egal, jetzt kann er Wir könnten weglaufen wenn du möchtest Nö, wieso Ist doch letzte Runde Ist doch egal Gut Job Typ Gut Haft Oh, wie nett Gut Haft Nein Versuch's nur mit Elektroshocks Vielleicht bleibt die Zunge dann drinnen Nee, die kommt nimmer raus Nö, 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 nö So, ich geh B Die A lang Ja, ob B So Leute, 6 Siegel mindestens Und wir move'n dann halt im Notfall weg Mitte wenn ich mich nicht verguckt hat Ah, lang Da war einer Ne, keiner A, A kurz, 2 3 3 Ich hab nur noch 8 AP und 3 sind noch kurz Ja, wir kommen jetzt aber kurz Einer nur noch halb Sauber Defuse Ich geb dir Deckung, ich geb dir Deckung Ok, ok Wenn ich jetzt Wenn du Max wärst, hätt ich jetzt Angst, dass ich jetzt nen Headshot krieg oder sowas Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei Ich bin dabei So geht das doch, glaub ich, oder? Ja, so geht das Ich bin dabei 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 Nein, du schießt mir in den Kopf, das ist auch drin Wo bist du? Dann zeig ich dir mal, dann siehst du voll nicht in den Kopf So, ich geh jetzt mal wieder zur B mit Tim Ich geh da Ich geh da Christoph, Christoph Christoph, move back, move back Loch, 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 Loch Loch, Loch, Loch Ich bleib bei Short Was natürlich jetzt echt dumm Die Bombe ist, die Bombe ist hier bei uns Christoph, da ist einer Aber eine war noch Wo ist denn da? Mitte da und, ah, Mitte noch einer, Mitte noch einer Cutters, 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 Cutters Ah Max, Cutters, einer Hier, einfach Max, du musst runter Max, du musst jetzt zur B Max, der eine ist hart getroffen und der andere ist ein Bot Ja, der Bot wird aber gesteuert Ja Der hat aber kein Käff dann Ich geh wieder B Die Shen hier schon darüber spricht, wie sie mich umbringen kann, indem sie einfach die Zunge rausreiß, weil ich darüber atme Mach mal live Was? Sollte sie mal live machen Naja, lass mal, ich hab wieder einen Schuss durch Blende auf B Die gehen Cutters runter, wie es sich das anhört 3, 2 lang Du musst doch gucken, dass keine Mitte kommt Mitte, 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 Mitte 72, hab ich dem gemacht, den Big Line Du hast es smoked, Alter Die haben vor 1000, ich bin auch schon gut da Oh, shit Pass auf, Rick Sehr schön Rick, nicht immer sofort nachladen, nicht immer Schieß, 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 sie sind gegen dich Rick, du kriegst den Nice, defuse, defuse Nice Nice, nice, Rick Fendly schreibt krass Was ist krass? Wie schlecht ich bin, da haste recht Das ist echt krass Will wer AK, oder? Ne Alles gut Ich mach Ich behalte mir die Beine So, ich geh wieder B mit Tim, oder? Ja Na, wir behalten uns einfach so weit jetzt Wenn ich jetzt... Wir könnten jetzt mit Ava up-aimt, Christoph Ich hab schon wieder nicht getroffen Gott sei Dank, ey B könnte was sein Ich pass mit dir auf Kannst du rückkommen, wenn du willst Ich hab hier irgendwas gehört Ich hab hier bei Mitte auf Ja, ich aim ab Pass auf Mitte auf Sollen wir starten von uns? Mitte ist einer, Mitte Mitte down Ah, kurz einer Mitte ist noch einer, glaub ich Kurz sind zwei Oh fuck, ich bin gegen jemanden Move back Ich muss drohlen Mein größeres Problem Der ist gerade links gelaufen gewesen Ja, der planten Die planten Ah, der planten Nice Drohschüsse, lieber geh hier Ach so, dass du die mir die Zunge rausreißen will Ach so, dass du die mir die Zunge rausreißen willst Ja, Fendly, das musst du wissen Das ist das normale bei Shen, das kenn ich ja Die sitzt ja hier direkt da Im Nebenraum Da fände ich jetzt ein bisschen witzig, dass er das Drohschüsse nennt Na, wie nennst du das denn? Versage Och Der Verkäufer kann dir halt kein Geld mehr einpacken, wenn du ihn totgeschossen hast Deswegen schießt daneben Drohschüsse Ach so, glaub mir, in GTA schieß ich den Leuten mittlerweile auch in den Kopf Weil das genau so lange dauert Ach, hast ja auch Geld Ne, nicht wie Marvin Wie Marvin? Flash auf B Ja, ganz flieges Step auf B Bombe liegt Bombe liegt hier bei mir auf B Da ist noch einer Ja, ich hab den 70 gemacht Oh, kann das rumpfen? Ach so, okay Ja, klar Gibt mir nen Heady Onspot B Onspot B Einer gegen zwei Nein! Toilette ist besetzt, ich spiel weiter Naja, gut, okay Dann geh ich jetzt mal wieder B Ich muss noch was aus, wenn du da bist Ah, ich hab grad die Nase gebrochen, glaube ich Aua Weiterspielen Let's move out Mir ist mein Ei abgefallen, Spiel weiter Alter, krieg ich zu null Eins, was noch tiefe Bustlage gibt Oh, ja Ja, ne stundigstehendigung Ja, dann CT ist einer, CT ist einer Da ist der Bot Ey, ich treff den nicht Loll, ey Oh, da war einer Onspot Ich denke, es einer planten Einer stort Wenn ich nicht mehr kann Alter, im Spiel Ja, jetzt kann ich nichts machen Du, plötzlich drücken wir, was? Ja Ja, wie die Vorrecken Na komm, 12 auf 9, das gewinnen wir Magst du das noch was nicht? Mach mal Eco, bitte So, okay Magst du das so was jetzt? Doch, doch, doch Einfach, wenn ich hier weiter stehe Ja, sorry, ich hab ne volle Blase, da kann ich nicht klar denken Du kannst nie klar denken Hey Nimm ne Flasche, du bist ein Mann Mein Gott, Alter Lursch reinhalten und pinkeln Lursch reinhalten und pinkeln Lursch reinhalten und pinkeln Ah, über Mitte, über Mitte geht einer Kraft B Oben ist der Bot wieder Die ist einfach ein bisschen auf Verdacht Was? Was? Wie? Ja, die sind noch B Ah, dann haben die gewartet Einer ist los Wir haben mich veräppelt Wut Hä? Wir da sind an der Trifte Wie ist das? Trifst doch hin, krass auf Sauber, schloss auf da aus ihm Einer könnte über Unten kurz vor Einer könnte über Hinten links Und unten rechts Ah, ich hab ihn gesehen Nice try 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 Sorry Jungs Jetzt aber Und hört's langsam Ich geh wieder B Let's go, be good Ey, du mal bitte Cut das ab Was ist das? Was ist das denn auch so gewesen? Ist das denn auch so gewesen? Ah, aber auch lang Sie bringen Flashback Hat sie dich getroffen? Ich sehe nicht Alter, der Bot hat mich was vernichtet Kurz Alter, der Dude zu 40 Alles mit der Scheiße Alter, der Dude zu 40 Was ist das denn? Was ist das denn? Boah, Alter Der hat sich zu viel bewegt Der hat sich zu viel bewegt Scheiße Ja, du hättest einfach stehen sein können Und einmal als er da sind Ich stehe Ahhhh Können da jemanden bitte schreiten Denen sagen, dass sie stehen bleiben sollen Wenn ich ziele Let's go Wir müssen die zweimal umnieten jetzt Sonst wird's problematisch gelang kommen Flash auf lang Und eine aber auf lang Drei lang bis höher Plus auf geh unten raus Ja, mach ich Diesmal verhindere ich das Spiel, dass die so rumgehen Kurz Nice Nice Aber liegt auf lang Und da wach Da geh ich jetzt auch nicht hin Da der Alter, der Dude hat doch an Nice Ich komm über kurz Ich komm über kurz Ich komm über kurz Ich, ich Okay Weißt du, sagt er zu mir, Alter Ich bin nicht halt Deco Mio, ich bin doch kein Ich bin sicher, ich weiß gar nicht, wie man es einstellt Max, hast du gesehen? Lang war der, ne? Ich hoffe, du hast das gesehen, Max Echt? Deine scheiß Wache hast du gesehen Oh Dann geh ich jetzt Richtung B wahrscheinlich Ja Soll ich noch Ich bleib noch ein bisschen hier Nein, GB Über CT Oh Na, Riccardo geht links rum, links rum, links rum, links rum Das Light mal Riccardo Ich darf ne Flash rein Ich wollte es doch nicht als Erster reingehen, du hast ne Scout Max Genau, Riccardo lauf weiter Der ist ja, der ist jetzt raus Okay Nice Ich hab ne Aave dabei Wer will die Aave haben? Kannst du gerne Gebe ich dem Raxi Was willst du denn haben? Na, ist in Ordnung, ist in Ordnung Ich bring immer nur für die anderen mit Ich bring die So, jetzt werden die B gehen, da bin ich mir Ich auch Glaub ich auch Gut, dass dann zwei B liegen Oh, die haben in der Mitte abgeaimt Haben wir nichts getrocknet Fläche auf Lang Geh rein Christoph, ist mir egal Der Bot war auf CT Lang Zwei Und wir sind beide da, zack Einen hab ich gefilmt Smoke Tür Einer ist Grube Verdammt, ich bin so langsam Einer ist gehittet Setz zwei Grube Au, ist klar, ist richtig Die sind durch Oh shit Links Ricardo, links Der mit seiner Aave regt mich auf Der hat 15 Runden nichts getroffen 13, 12 Leute Der trifft der Christ, wenn du nur noch 800 Gold hast Äh, Geld hast Dann kaufst du Cap ohne Helm Okay Und nicht gar nichts Lieslich, pass auf Eigentlich hat Tuck mir das geschrieben Geh jetzt nicht vor, ne? Ja, ich stell mich hinten hin Passt Stell ich mich hinten an die Fässer B! Drei Stück Katas Einer mit Aave, Christoph Ja, die Russian B, die Russian B Einer mit der down Ich hab den noch getroffen, ey Zwei Aaves Zwei Aaves auf B Lächerlich Ach, das hast du jetzt da drunter Von hoch 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 Kado, links Max hinten Kiste Wo war der denn? Ich glaube Max, du hast den Bastard Nummer 1 erwischt Bastard Nummer 2 hat ihn erwischt Ja Max, da machst du nix, aber trotzdem, du fightet noch Ja Komm 13 13 13 13, campen Jungs Bannen Ich geh, ähm, geh mal jemand bitte B Ich geh B Ich geh weiterhin B Weil du hast Snipe Ich hab nur Pistol Oh weh, ich werd jetzt umgehauen Oh weh, ich werd jetzt umgehauen Oh Nice Tim, bedingungslos offen Einer, grad zwei, zwei Cutters Bombe ist hier bei mir bei B Einen hab ich ja Alter, 80 Schaden Drei auf B Aave bei der Tür 20 Ah, 20 Oh, ich hab keine Granate Bomb has been planted Hinten uns Nein Alter, jetzt sind aber alle gleichzeitig umgefallen, ey Ich mach mal ne Echo, bitte Echo, ja Ja was denn? Echo, alter Ja, damit war letzte Runde noch. Wenn wir auf Tai spielen wollen, müssen wir eine Eco machen. Es lohnt sich nicht, wenn wir die ganze Zeit MPs kaufen. Ja, oder wir spielen auf... Sieg. Sieg. Ich geh wieder B. Spiel auf Sieg. Ja, dann spielen wir auf Sieg, dann haben wir uns wieder MPs. Wow! Oh, da ist einer an der Tür schon gewesen. Das war wahrscheinlich der Bot. Die gehen glaube ich durch die Cutters raus. Ich haue auf Cutters. Tür ist... Double ist gesmoked. A kurz. HE durch die Tür durch. Ein Stück. Tür unten durch die... Die gehen jetzt Richtung... Loch, Loch könnte einer kommen, der kommt Loch. Da Bombe wird... 140 noch... 31... Äh... 1... Nice. Große Frage, wo... Ah! Alter, der Typ trägt mich auf. Max, du schaffst. Hast noch gekriegt, Alter. Fabio nicht wieder. Hallo Penis. Ich geh auf lang. Ich geh auf B. Lang. Also, up aim. Mit den... Wie immer groß. Let's go, let's go. Flashbang. A lang ist der Bot. Super. Dort noch was? Nein. Noch eine über B. Zwei über B. Zwei B. Zwei B. Zwei B. Aim da einfach ab. Entweder die gehen Cutters runter, oder die kommen jetzt zu dir. Drei B. Einen hab ich erwischt. Zwei sind tot, die sind alle B. Von Riccardo. Du packst das. Der Bombe ist gerade das. Ja, ist klar. Ich bin durch, Riccardo. Ist jetzt egal. Oh fuck, bin ich behindert. Ich hab nur noch Daten. Nice, pass auf, der andere ist Tür. Wechsel, wechsel! Egal. Schade, war nix. Nice game. Ja. Good game. Ich geh erst nochmal Cospingle. Viel Spaß. Aber ich schwimm mich da ein bisschen mehr rein. Ähm. Ist der, ist der Britannia bei uns? Ist der Smurf, oder? Ne, ich bin kein Smurf, nein. Warum bist du so gut? Ah, wir können mal Tuck reinholen, dann reden wir mal weiter. Ja. Ich weiß, wie gut Tuck ist, weil ich ab und zu Tuck zuschaue und Max, wenn sie spielen. Wer ist denn jetzt raus? Ja, ähm. Ja, ich bin wegen DC vorher. Achso. Ja, dann fliegst du doch raus. Ja. Ähm. Deut einfach Max noch. Jojo. Ähm. Warum bist du dann nur selber, wenn du so gut spielst? Das verstehe ich. Ja, weil Tuck auch nur selber ist. Ja. So, ich frag mal jetzt eben in den Chat rein, äh, wie lang sollen wir noch Counter-Strike, äh, GO spielen, oder wann sollen wir wechseln? Du weißt, dass wir von den 5 hier drin ein Großteil stellen und jetzt alle sagen werden. Ja, das stimmt. Oh, TSM führt, oder was? Oh, H14-7 für TSM. Was ist da los? Kommt Fanatic. Äh. Oh. Ja, da ist keine. So, da wär ich wieder. Wir kommen zurück. Wollen wir weitermachen, oder? Christoph fragt gerade den Chat. Ähm. Achso. Ähm. Ich sag mal so, wir könnten natürlich uns... Ricardo raus und Tuck rein, aber es wär... Ne? Ich hab dein Geheimnis rausgefunden, warum du so gut bist. Warum? Du hast nen Trigger-Bot. Ja, genau. Ich weiß das. Ne, dann wär ich besser. Dann wär ich wiederum besser. Ne, aber irgendwas muss da ja nicht stimmen bei euch. Ja, bei Tuck weiß ich sowas so, der ist... Wenn ich bohren für Ego-Shooter muss ich mal sagen. Bei den kenn ich eh schon länger. Na, der Chat reagiert nicht, obwohl ich muss ja Delay noch einrechnen. Ja, aber das sind jetzt drei Minuten her, Alter. Ja, gut, dann mach mal go da. Ja, möcht Riccardo noch mitmachen, oder möcht Tuck mitmachen, oder möchte wie... Ich weiß gar nicht, ist Tuck denn da? Ist Riccardo denn da? Ich bin da, ja. Ja. Möchte Riccardo denn mitmachen? Ähm... Euron schon. Oh, ich seh grad, ich hab ein Chroma-Case 2 bekommen. By the way. Super. Ich sag jetzt nochmal Tuck. Ja, Tuck will 100% mitmachen, der hat mich schon gefragt. 830 Mal, glaub ich. Ja, komm, aber wir können erst weitermachen, wenn nicht Guthaben hinzugefügt bei Steve. Ja, ich stimme zu... Kaufen. Ich darf's von meinem PayPal-Konto abrufen, ja. Mach, komm, Steam. So, zurück zum Shop. Chroma-Case 2. Open. Buy Key. Auto-Authentisieren. Danke. Okay. Also wenn Bio... Wenn Bio mir hier schon sagt, wie lange ich noch verlieren möchte, ich möchte ihn gern dann mal Counter-Strike spielen sehen. Och man, Alter. Nur so ne Scheiß, was wir bekommen, glaube ich. Was hast du? Das ist ne Saw of Origami. Aber viel testet. Also wahrscheinlich 30 Cent wert. Selt-on-Mark-Days. Na, wie viel? Wie viel? Und sie ist doch ganze 25 Cent wert. Wir sehen. Oh. Ja, was machen wir jetzt? Will Rick mitmachen? Tuck will ja auf jeden Fall mitmachen. Ja, dass Tuck mitmachen will, da brauchen wir ja gar nicht Tuck noch zu tun. Das müsst ihr jetzt unter euch das machen. Genau, klärt das. Würfelt das. Würfelt drum. Würfelt drum. Glatzt einfach eure Penisse gegeneinander. Und der, der Aua scheitert verloren. Genau. Klapp mal Tuck ein, einfach mal. Gucken was passiert. Ja. Ich hab doch schon mitgemacht. Ja. War's schlecht, ne? Ja stimmt, Bio hat mitgemacht. War Katastrophe. Und jetzt über Zeuge. Zeit für ein Duell. Die richtige Antwort von Fabian. Die richtige Antwort von Fabian. Wiederum wären jetzt einfach gewesen, wenn er in den Chat geschrieben hätte 23 cm. Das wäre die einzige Legitimere. Ach, das ist ja auch aufgefallen. Hey! Was meinst du, warum wir hier die ganze Zeit diskutieren jetzt? Wie wir das zwischen dir und Rick auslosen? Ich sag mal so, wenn wir wieder gewinnen wollen, sollten wir mal Token mitnehmen. Ja, das glaub ich auch. Weil sonst wird Max noch gedown rankt. Hä? Das mal. Was, Alter, ich hatte im Durchschnitt 80... Ja, wenn die beiden nicht geil kommen, fliegt halt Max raus. Ich hab gesagt nicht, du fliegst raus. Ich hab gesagt, du wirst gedown rankt, wenn Riccardo noch öfters verliert. Ich hab niemals gesagt, Alter, dass ich dich rausschmeißen möchte. Also man kommt zu jung. Ich mein, wir könnens auch gerne so machen, dass ich jetzt noch 2-3 Runden Counter-Strike spiele. Dann ich das andere mache und dann nochmal Counter-Strike spiele. Das ist ja auch dran. Ja, das sowieso. Ja, das ist so. Das hat der Großteil hier eh schon berechnet so. Ja, irgendwie schon. Nice. Ja, ist ja so, wenn die meisten meiner Zuschauer auch hier mitspielen, ist klar, dass der Counter-Strike kommt. Ach. Wie sind wir zu der, Kid? Ich weiß nicht, ich bin mal tief in mich gegangen. Jungs, ich frage euch eine Frage. Ich bin nicht das Arschloch bei der Antwort. Ja oder nein? Arschloch. Ja oder nein? Nein. Das geht auch. Fabian weiß, was ich vorhabe. Ja oder nein? Ich mein, Arsch bleibt Jungfrau. Meine auch. Shannon, auch wenn das 30 Sekunden Vertrögerung sind. Shannon darf jetzt ja oder nein in den Chat schreiben. Oh. Oh nein. Du bist so ein Wichser, Alter. Du willst mich mal wissen, was du passiert? Ach, ja oder nein ist jetzt wahrscheinlich die Frage, ob Tuck mitspielen darf oder nicht. Nein, das ist ein Wichser, Mann. Du bist so übel. Das ist nicht unfair, wenn Shannon ja oder nein sagt. Ja. Die wird wahrscheinlich erst mal fragen, warum. Sag einfach ja oder nein, Shannon. Boah, das Grund ist, das Grund ist, ja ist, hm, auf dem Ding kickt. Nein, das ist aber nicht. Wahrscheinlich. Ja, Tuck, Alter weiß Bescheid. Du weißt nicht. Ja. Tuck, du weißt nur nicht auf welchem der oberen, also außer mir und Christoph, auf einem der ist es. Wenn Shannon überhaupt schreibt. Wenn Shannon jetzt ja schreibt, immer diese Diskriminierung gegenüber Österreicher. Hallo. Wenn Shannon jetzt ja schreibt. Sie ist jetzt schon ihre Watt. Wenn Shannon jetzt ja schreibt, wird ein gewisser Herr ganz doll schreien, glaube ich. Sie sagt ja. Nein. Mein Mauszeiger ist über blau. Ja, das bist du. Hallo, ich bin Max. Nein, du hast gerade entschieden, dass Max rausfliegt. Ich stelle jetzt. Max, komm jetzt wieder rein. Max, komm jetzt wieder rein. Stimme 6. Hallo. So einigt euch. Ricardo oder, oder Max, oder Tuck. Ja, Tuck hast kannst du jetzt nicht, Tuck ist jetzt raus. Tuck kann ich immer noch kicken. Du hast ja gesehen, ich bin jetzt mächtig, Max zu kicken. Ja, ja. Jetzt mach hier. Ich will weitermachen. Ja. Entscheidet euch jetzt. Mach dich nicht. Genau. Warte. Ich denk mir, ich denk mir ne Zahl aus und der, der, der dran ist, der bleibt drin. 69. Eine Zahl zwischen 0 und 10. 88. Warte, warte, damit es fair bleibt, dann ist doch mir die Zahl vorher. Ich schrei, ich schreibe es hier auf. Ich schreibe es hier auf und halte den Zettel die ganze Zeit hoch. Ja, super. Ja, okay. Ne, so. Ja, jetzt sieht doch keiner. Ja, okay. Kommt, Jungs. Hopp. Zwischen 1 und 10. Hopp. Zwischen 0 und 10. Ey, 0 und 10. Max und Riccardo, oder wer? Ja. Die, die jetzt... Max und Riccardo. Sag ich. Weil er sich reingeschummelt hat. Ja, okay. Von 0 bis 10. Ja. Sag ich. Sechs. Vier. Die ultimative Antwort wäre jetzt fünf gewesen, weil das die Mitte ist. Ja, Christoph. Und es ist? Fünf. Die 7. Max. Max ist drin. Okay. Tut mir leid, Riccardo. Aber wir später nochmal. Genau, Riccardo. Hat doch mal ein Problem. Außerdem Riccardo. Ja? Wir müssen TTT spielen. TTT sind Temperamente. Richtig gut abgemacht, finde ich. Außerdem ist Riccardo der TTT-Mann. Was ist TTT? TTT. Und der... Bio hat eine 7 gesagt. Eigentlich müssten wir Bio jetzt reinholen. Dann verlieren wir. Dann verlieren wir. Dann verlieren wir. Lass das mal. Bio ist nicht meine mittleren Auswahl. Und ich bin der Meister Random Killer für Mario. Ja. Von daher hat Riccardo mit diesen Worten... Ja. Eigentlich hättest du TTT und Riccardo machen können. Ja, müssen wir jetzt mal hier äh... Ja, jetzt muss der Riccardo aufgehen. Ne, der Riccardo sagt jetzt, ich bleib. Oh. So. So, auf geht's. Ganz fies. Ich hab schon auf Go geklickt, aber... Na, irgendwie passiert hier nix bei mir. Ja, bei mir auch nix. Ah. Ah. Ähm. Komm... Wow. Weil wir zu viel Karten in der Auswahl hatten, ging das so lange. Mhm. Zapp. Nochmal ready. Ich hab grad rausgetappt. Ich bin double ready, alter. Alter, Shannon die Beste. Und man weiß denn jetzt soll nicht werden. Ja, sie hat 6 ge... Shannon, du sollst lernen und gleichzeitig zuhören. Meine Güte, du bist eine Frau. Du bist multitaskingfähig. Was regst du dich auf? Stopp. Ich bin tief in den Zwang. Halt, stopp. Alles bleibt so wie's ist. Alter. Eingebildete Zecke. Eingebildete Zecke. Wow. Aber da ist in 2 Minuten 4 Scheiben Brot gegessen. Das ist nirngesund. What? Ich hab hier 6 Scheiben Brot aus der Karte geholt. Alter. Was da ist? Ich kann hier auf annehmen drinnen. Oh, mein Mann. Ja, ich hab den Tierrat. Ja, ich hab den Tierrat. Was hast du? So, Tuck spielst du da mit und scheiß uns nicht an. Ja, jetzt werde ich nicht mehr Urster. Doch, Tuck darf rumragen. Tuck darf rumragen. Tuck darf rumragen. Ich find das voll traurig. Jetzt werde ich nicht mehr Urster. Jetzt hör doch mal auf damit, ey. Nur Max darf das. Max hat da eine gewisse Legitimation. Was, weil Max nicht Zäbchen sagt oder was? Das Wurst Case in der Hand. Wurst Case? Das Wurst Case? Let's rock. Mach nur Warnwürstchen. Alles andere ist eklig. Ich hab mir echt mal überlegt so einen Trailer dazu zu machen. So einen Fake Trailer. Der Fake-Zelda-Trailer zu der Games of Thrones sah richtig cool aus. Ja, das Games of Thrones Zelda-Trailer. Den hab ich auf Twitter geteilt. Ich weiß. Ich weiß. Ich hab die Fans von Frankfurt. Alter. Alter, Alter. Ich hab da follow-tet ihn auf Twitter. Ouh. Wisch dir. A-Followed Max auf Twitter. Ey, die sieht aber gar nicht mal scheiße aus. Lieber für dich, wenn ich das Hammer aussehen. Oh, fuck. F-Followed Max auf Twitter. Bei mir kriegt der richtig hohen Twitter-Content. Schreibt schon weiter, wie das Zelda toll ist. Hohen Content? Also du meinst eher vielen Content. Das ist genau dasselbe. Ah. Ja, Leute, tut voll genau, der tut jetzt so was, der hat voll unzählig, aber alter, der ist ein Rocker. Also wenn ihr Max, wenn ihr Max auf Twitter fordert, müsst ihr damit rechnen, keine anderen Tweets mehr zu lesen. Nein. Oh, ich hab hier noch vier Zuschauer, alle gehen weg, keiner hat Bock mehr auf Counter-Strike. Ja, ich spiel immer besser Minecraft. Ja, genau. Better play Minecraft. B-Rash. 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 Oh, jetzt muss ich und Tupac um die Kilch streiten. Hallo. Let's go. Ah. Oh, ich hab vier, ich hab einen Settich gegeben. Oh, so steht einer, auf der Tür steht einer. Der Hexe real. Ah, die Fresse. Das ist mein Ace. Das ist mein Ace. Das ist mein Ace. Das ist mein Ace. On spot, on spot. Mein Ace. Mein Ace ist echt her. Jetzt trifft ihn halt. Ich will den Jamm, ich gucke was. Mein Ace. Wie nett er lässt ihm das Ace. Ja, wir können also so wie das Team hier. So wie der Herr, der meinen Ace geklaut hat, weiße. Wer hat dann Ace geklaut? Shannon, wie viel sagt denn die Zuschauerliste? Ja, auch einen Ace geklaut. Ja, aber er hat mir in der letzten Runde einen Ace geklaut. Ich hab die Biste und zwei Aces geklaut. Wohin? Ja, ich gewöhne mich langsam daran, dass ich Aces geklaut kann. Wohin denn jetzt? Einer SP, zwei SP. Drei. Einen. Eins, zwei, drei, ich komm durch. Grenade! Ich hab den Flash drüber. Na, Pol? Ich komm zu Orange. Server. Wollen wir weiter? Achtung, Tür ist einer. Tür ist einer. Der bleibt vier, du. Zit. 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 Mit der Ace. T, T und Zit. Wo war die Bombe? Hier hinlegen? Alter ich den nicht treffe! Alter kam noch einer! Wo denn? Wo denn? Alle im CT. Max hält drauf auf jeden Fall. Wahrscheinlich gehen die Short. Jax, wer zwerft nicht auf Short! Nicer Dicer Plus! Hallo? Hallo? Ohne uns beide 6, ja sehr schön. Das macht Lust auf mehr, das macht Lust auf mehr. Ich hab 0-1. Wohin, wohin? B. B, ich renne erstmal zu A rüber. A ist nach B? Achso! B ist nach A du! Ich hab ihn! Dort ist nur einer, ich hab ihn! Oben, oben, oben! Oben, oben drauf! Tschüss, wer auch immer gegangen ist! B. 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 Alter, wer hat meine Tech-9 aufgehoben? Wohin? Ich immer. Hallo, wer hat meine Tech-9 aufgehoben? Alang mal. Alang langsam aufbauen. Da ist meine Tech-9. Da ist mal die Bombe auf. Ja, die Bombe. Ja, wenn ihr euch da gegenseitig in der Tür blockiert, bringt das nichts. Drück raus, drück raus. Pass auf hinten mit der Tür, ne? Auto ist sauber. Okay, Auto ist sauber. Einer von hinten. Smoke. Durch. Ich guck lang mit. Ja, bemerkt du bist da. Au. Kurz. Alang. Kurz und Alang. Wieso? Links. Ich hab Schott. Super, Christoph. Der letzte ist lang. Der letzte ist lang. Der letzte ist lang. Der ist dead, der ist nicht gegangen. Nein, der ist gegangen, der ist weggelaufen. Okay. Ja. Naja, der ist kurz. Der ist kurz. Der geht aber, der kommt nicht hoch, der kommt nicht hoch. Weil der mit das Ding jetzt um die Ohren fliegen wird. Der hat aber einen Super-Tab-Kid. Ja, ich bin hier nicht. Und jetzt wird Max noch erschossen. Und. Warum kämp' ich im Rauch? Weil der denkt, ich wär gar nicht da. Äh, nochmal Alang aufbauen. Mhm. Let's go, my brothers. Einer. Zwei. Ich hasse das. Das war mit Absicht, ihr Penner. Drei Stück. Lass noch mal einen Flash rüber. Da kommt einer. Da kommt einer. Da ist einer. Maxi, worauf wartest du? Der kämpft eben. Der kämpft eben mit der Heuweiß. Der kämpft eben mit der Heuweiß. Der kämpft eben mit der Heuweiß. Ich glaube, er darfst ihn. Aber du? Vorsicht hinter dir. Vielleicht. Okay, gut. On-Spot. Okay, ja. Von hinten, von hinten. Hab' ich. Ja, CT. Ja, CT. Der hat noch 50. Der hat noch 50. Das ist auf den Auflauf. Einfach weiter und zuck die Dombes. Bin dabei. Liegt! Liegt! Der ist auf kurz. Der Jump-Job. Küsst du den mal! Ich hab' den getroffen! Max, Alter! Nice, Max! Ich mag die M4 auch lieber. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Ich aim wieder ab. Ich hab' Awe. Wohin? Ich hab' Awe. Ja, Scholl. Das sagt mir viel, wenn ihr Awe sagt. Dann gehen wir zu A. Aufbauen, aufteilen auf A und B. Und wenn sie snacken... Weißt du? Drei eben ab, ey. Weißt du? Zwei B. Zwei. Ich geh' schon mal weg. Ich will bisschen eine Sniper raus sein, Max. Der drückt rein. Nice, Max. Einer Cutters. Einer kommt durch die Tür hinten. Ah, waren zwei. Der kommt hinten durch die Tür durch. Einer ist auf Schwarz, Alter. Der kommt überlang vielleicht. Ich steppte gerade einer irgendwo. Grün, wo er... Wer ist grün von euch? Okay, wo er endst du abwexig? Ja, Max. Ich aim mich lang. Kurz. Beide auf kurz. Schade. Einer hab' ich erwischt, der andere hat ne Auto. Pass auf. Inks... Scht. Inks, Mann. Nice. Die Hübsche, bitte. Nicht meine. Boah, die ist sehr hässlich. Ist die hässlich, ey. Wer will? Ich! Mein Rang... Mein Rang ist viel zu hoch. Da ganz hinten. Ich brauch auch AK. Du brauchst mehr AK. Da. Da siehst du meinen Rang. Silber Elite. Da. Ist das Silber Elite? Ich weiß es nicht. Jetzt entscheidet euch! Eins. Ja, da! Mein Gott, dankeschön. Drei. Organisation pur. Na komm raus. Versuch's doch. Na, na. Zeig dem jetzt, wie er da ist. Kurz, kurz. Lange sind zwei rausgekommen. Boah, alter Chris. Entschuldigung. Das Stream geht also jetzt wieder offline. Naaah. Noch einer Mitte. Mitte. Das heißt hier EINER Mitte. Boah, schau.